Der IGBT. Das leistungselektronische Bauelement schlechthin. Unten wieder unser großer Kontakt, oben ähnlich wie beim MOSFET. Das isolierte Gate. Man könnte bei den beiden jetzt hier noch Gate-Oxid so gestrichelt eintragen, aber ich habe es jetzt mal weggelassen. Schaut einfach bei Vorlesungsunterlagen nach, wie das da eingezeichnet ist und dann malt es genauso in der Prüfung. N- ist genau gleich wie bei allen. So, was ist jetzt hier beim IGBT anders als beim MOSFET? Das zeichnen wir jetzt zuerst ein. Und zwar habe ich jetzt hier an meinem Kollektorkontakt, der heißt jetzt wieder wie beim Bipolar-Transistor auch, hier unten C-Kollektor. Und da liegt quasi im Schaltplan in der Regel meine positive Spannung an. Und wie beim Bipolar-Transistor ist der Gegenkontakt für den Laststrom der Emitter. So, und alles andere bis auf dieses P ist analogisierend zum MOSFET. Eine P-Wanne. Und hier drin nochmal N+. Der Schaltsymbol liegt, analogisierend zu dieser Topologie-Einsicht, wieder auf dem Kopf. Kollektor, Emitter, isoliertes Gate. Und mein Laststrom fließt in die Richtung IC. Das ist wie beim Bipolar-Transistor, wird jetzt hier unten im Mitter, beim Emitter noch hier so ein Pfeil eingezeichnet. Obwohl das Geld ja eigentlich isoliert ist. IC, UCE. Wir sehen ja, der parasitäre NPN-Transistor ist wieder deaktiviert. Ganz wichtig hier, Emitter-Kontakt geht über beide Wannen. Aber wir sehen in Rückwärtsrichtung, hier Emitter nach Kollektor, haben wir hier zwar einen PN-Übergang, aber hier wieder einen NP-Übergang. Das bedeutet, wir haben keine parasitäre Bodydiode. Das ist ein echtes bipolares Bauteil. Hatten wir das nicht schon mal? Genau, hier hinten. Bipolares Bauteil in Vorwärtsrichtung, ähnlich wie die beiden, Touristor oder die PN-Diode. Wir haben eine Schwellenspannung, die uns in Vorwärtsrichtung erstmal ein bisschen mehr Verluste beschert. Und dann, ähnlich wie beim MOSFET oder beim Bipolar-Transistor, ist es ein gesteuertes Bauteil. Irgendwann erreichen wir unser Limit an IC in Sperrrichtung. In IGBT in Sperrrichtung zu betrachten macht, im Grunde genommen keine, habe ich mir sagen lassen. Weil das auch ein bisschen komplizierter ist jetzt als bei der Diode. So, es gibt NPT, Non-Punch-Through und PT, Punch-Through-IGBTs. Und je nachdem, was für eine Sorte man hat oder je nachdem, was für ein Typ IGBT das ist, verhält sich das mit der Temperatur anders. Bei kleinen Strömen ist es so wie bei einer Diode. Die Schwellenspannung wird erstmal kleiner, aber der Verlauf hier von dem differenziellen Widerstand wird flacher. Irgendwann kreuze ich hier meine Kennlinie, die für die Raumtemperatur gilt. Also, zwei verschiedene Effekte. Eins ist jetzt bei kleinen Strömen. Da ist der Spannungsabfall über dem Gebiet U wieder proportional zu LN. X durch Ni Quadrat. T steigt, Ni steigt. Uce wird kleiner. Für ein gleiches IC. Das ist typisch für sogenannte Punch-Through-IGBTs. Bei großen Strömen überwiegt dieser physikalische Materialeffekt. Temperatur steigt, Müge drunter, differenzieller Widerstand wird größer und bei einem gleichen E wird mein Uce größer. Das bedeutet auch, dass mein Sättigungsstrom kleiner wird. Positiver Tk, Temperaturkoeffizient, bedeutet, bei konstantem U im Arbeitspunkt wird der Stromdurchbauteil kleiner. Bei Non-Punch-Through-IGBTs haben wir nahezu im gesamten Nennstrombereich einen positiven Temperaturkoeffizienten. Also eher hier so ein Verhalten. Bei Punch-Through-IGBTs fast nur negativer Temperaturkoeffizient. Mein VcSat ist eine Funktion von IC, Gait-Emittagsspannung und der Junction-Temperatur.